Yo, hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu Keep Up Survival. Wir machen ein Angespielter raus. Ich möchte mit euch Tropical Island testen, was am 5. März mit einem Update dazu kam. Es ist eine Einzelspielermap und die möchte ich jetzt gerne mit euch testen. Das Spiel ist natürlich immer noch lange nicht fertig, aber ich bin sehr gespannt auf Tropical Island. Und dann würde ich jetzt mal sagen, dann geben wir hier mal ein Tropical. Fährt noch. Und dann PHP dahinter. Wundervoll. Passwort brauchen wir keins. Wir sind bereit und können starten. Okay. Neue Musik ist auch dazu gekommen. Und Vorbereitung auf Jäger. Okay, hier steht eine kurze Vorgeschichte wahrscheinlich. Und das werde ich euch jetzt mal vorlesen. Deine Abenteuerlust hatte dich und deine Zwillingsschwester auf die Idee gebracht, die Meere zu bereisen. Während eines großen Sturms seid ihr auf See gekentert. Das Containerschiff sank und ihr habt euch aus den Augen verloren. Das einzige, woran du dich erinnern kannst, ist, dass du und andere vom Meer auf eine andere Insel getrieben wurden. Soweit sie sich erinnern können, wurde diese Insel Lost Island genannt und war für ihre Krankheiten bekannt. Innerhalb weniger Tage wurden viele Menschen auf dieser Insel krank und starben. Tiere mutierten zu großen Kreaturen. Niemand wollte diesen Menschen zu Hilfe kommen. Ihre Erinnerungen sagen ihnen, dass sie auf Tropical Island sein sollten. Gut, dann würde ich mal sagen, starten wir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Und jetzt, let's go! So, Freunde, da sind wir. Und die Lady musste sich erstmal wieder anziehen. Gut. Hat sich hier auch was verändert? Ich glaube, ne? Ich würde die gerne mal von vorne sehen. Aber die dreht sich immer um. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Aber ich glaube, das Gesicht hat sich auch ein bisschen geändert. Und wir haben hier einen Huhn in einer Falle oder sowas, ne? Ein Käfig. Gut. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Wollen wir mal als erstes auf die Map gucken. Okay. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus. Was haben wir hier? Metalldeposit. Metalldeposit. Und Sulfurdeposit. Okay. Dann würde ich sagen, ab ins Abenteuer. Und dann schauen wir jetzt erstmal, was wir hier alles looten können. Ich werde wieder in die Ego-Perspektive wechseln. Das gefällt mir einfach besser. So. Eine Öllampe schon mal. Bisschen Vorahnung haben wir ja schon, ne? Wir hatten ja die andere Karte angezockt. Lost Island heißt die. Und ja, von daher haben wir ja schon ein bisschen Ahnung, was so auf uns zukommt. Was wir alles so machen können. Wir hatten ja auch schon eine kleine Basis gebaut. Und das finde ich schon ganz, ganz nice. Ich habe dann natürlich erstmal aufgehört damit, weil das Spiel halt lange noch nicht fertig ist. Und ja, also von daher habe ich dann gesagt, das kann man später nochmal antesten, ne? Und wir sehen uns, wenn die neue Karte erschienen ist. Und das ist die am 5. März. Gestern habe ich das mitbekommen. Also quasi am 12. März. Eine Woche danach. Und ja, jetzt sind wir hier. Und starten rein. Okay, das gehört alles hier dazu. Dem Auto hier kann ich erstmal nichts looten, wie es aussieht. Aber hier können wir was looten. Nice. Gleich mal zwei Batterien. Einen Sonnenkollektor. Und noch eine Spule. Gucken, ob im Kofferraum auch was drin ist. Beziehungsweise auf der Ladefläche. Ja, Glasflaschen. Daraus können wir ja Glas machen. Und noch eine Batterie. Und eine Gitarre, Leute. Nice. Gut, jetzt haben wir die runtergeschmissen. Gut, testen wir gleich mal an. Ja, da müsste man jetzt die Hintergrundmusik ausschalten. Kann ich das Huhn hier rausholen? Wir brauchen eine Axt. Leute, wir brauchen eine Axt. Dazu brauchen wir aber auch erstmal Sticks. Gut, wir schauen mal, ob wir uns eine Axt machen können. Wie war das jetzt gleich? Ach ja, wir müssen das Buch in die Hand nehmen, ne? Glaube ich. Ähm. Ne, das Buch ist ja Basisbau. Basisbau. Ah ja, hier war's. So, eine Steinaxt. Wir brauchen Faser brauchen wir. Ein Stein und eine Faser. Hier haben wir Fasern. Sehr gut. So, da können wir uns erstmal eine Steinachst machen. Zack. Sechs Sekunden. Haben wir uns da einen Wegpunkt gemacht? Warum habe ich mir einen Wegpunkt gemacht? Wollte ich das? Okay. Gut. Ich wollte das nicht. Mal gucken, ob hier am Container was drin ist. Scheint nicht so, aber hier ist eine Kiste. Hier haben wir eine Schraubenbox. Und natürlich erstmal das Inventar wieder öffnen. Gut, Zelt brauchen wir erstmal nur eins. Schauen wir mal, ob wir irgendwie auch auf die Hügel raufkommen. Ne? Da könnten wir uns da vielleicht so unsere Basis bauen irgendwie. Wenn das möglich ist. Wir gucken uns erstmal ganz gemütlich um. Eine Axt haben wir jetzt. Da wollte ich jetzt das Huhn befreien damit. Ich denke, das wird funktionieren. So. Was war das? Wasser. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Warum kann ich denn das Huhn nicht befreien? Scheint nicht zu gehen. Ja gut, dann muss das drinne bleiben. Dann muss das drinne bleiben. Das nützt ja nix. Müll können wir auch einsammeln, ne? Da können wir ja Nägel draus machen. Die wir dann für einen Basisbau nicht wenige brauchen. Oh, hier krabbeln die Spinnen jetzt schon. Auf der anderen Karte, da sind die nämlich noch nicht gekrabbelt. Da waren die einfach nur da. Wie ein Deko-Stück. Also hat sich da auch schon was verändert. Ja, alte Wasserflaschen. Und hier sitzt jemand. Da wollen wir mal schauen, ob wir mit dem interagieren können jetzt schon. Nee. Nee, Leute. Scheint nicht so. Gut. Aber wir können hier vielleicht ein bisschen was looten. Aufpassen, dann können wir uns auch mitnehmen, ne? Hier ist nix drin. Gut. Das ist die sogenannte Safe-Zone. Ich denke mal, wenn dann das Spiel online geht oder wenn es Jäger gibt, dass man dann hier einfach seine Ruhe hat und nix passiert, ne? Ja, schöne Felsen hier. Das ist schon mal ganz interessant. Tropical Island. So, dann würde ich mal sagen, versuchen wir mal, ob wir irgendwie auf den Berg klettern können. Ich glaube es fast nicht, ne? Weil das müsste ja dann... Oh, was ist hier los? Wenn ich schnell schwimmen will, dann verschwimmt alles. Können wir hier irgendwas machen? Irgendwas looten? Scheint nicht so. Wird später garantiert auch noch dazukommen. Gut. Ja gut, das verschwimmt alles noch, ne? Aber wie gesagt, die Karte, die ist erst seit 5. März erhältlich bei Steam. Gut, also ich glaube, hier kommen wir irgendwie nicht so richtig hoch. Da fällt das mit dem auf dem Hügel bauen wohl erst mal flach. Aber wir können uns natürlich hier drüben auf der Insel mal umgucken, ne? Die sieht sehr felsig aus. Vielleicht gibt es da irgendwas, wo wir hochklettern können. Ah ja. Das sieht bloß so aus. Ist gar nicht so groß, ne? Da ist eine Kiste zum Looten. Und wenn wir hier schon nicht auf die Felsen kommen, dann werden wir mal... Oder kommen wir hier hoch? Ne, ne? Ne. Ne, Leute. Das wird so nix. Das wird so nix. Aber ich würde mal sagen, wenn wir hier schon nicht hochkommen, dann schauen wir mal hier drüben, was es da gibt. Das wird so nix. Was ist das hier? Kann ich hier irgendwas tun? Ne. Passiert nix. Ne. 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 Eine Spule. Und ein Solar-Kollektor. Können wir nicht stacken. Nach wie vor. Gut. Aber sonst gibt es hier nix. Viel außer Faser, ne? Hier ist noch eine Toolbox. Werkzeugkasten. Aber das Deutsch ist auch besser geworden. Das hat auf der anderen Karte noch in Englisch gestanden alles. Sehr schön. Gut. Dann schauen wir hier noch mal nach. Ich werde natürlich wieder einige Folgen hier draus machen. Und dann werden wir auch schauen, wie der Basisbau so funktioniert. Ob da vielleicht auch schon das ein oder andere dazugekommen ist. Was ich weiß ist, dass die Performance vom Lagerfeuer zumindest, dass das besser geworden ist. Oder besser gemacht worden sein soll. So, ein großes Erste-Hilfe-Paket. Nehmen wir mit. So, hier waren wir auch noch nicht drin. Den Müll können wir auf jeden Fall bis 99 stacken. War jedenfalls damals so. Ja, Pilze brauchen wir, glaube ich, erst mal nicht. Wir haben ja erst mal Früchte zum Essen und so, ne? Schöne Palme hier. Das sieht aus wie eine alte Plane. Können wir aber nichts machen, ne? Da hinten ist noch Loot. Den werden wir uns auf jeden Fall auch noch anschauen. Und hier ist auch noch ein Häusel. Nice. Wir können ja mal auf die Map schauen, wo wir jetzt gerade sind. Okay. Metall deposiert ist es nicht. Erst mal, also das ist eine Ruine. Was ist da los? Was ist hier los? Ein Karnickel. Was wohl ein bisschen buggy ist. Rollt einfach hier runter. Das können wir mit der Axt zerlegen, ne? Oh, ist Fleisch. Ja, das ist wohl auch noch nicht so wirklich ausgereift hier. Das ist vielleicht, wohl vielleicht... Ne, hier haben wir Blut, ne? Und was ist das? Ein Fettfleck. Aber so fett war ja das Häschen gar nicht, ne? Ja, Spaß. Ja, Spaß. Ne, ne, jetzt geht's weg. Okay, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen... Muss überarbeitet werden. Und jetzt haben wir ja schon gar keinen Platz mehr, ne? Hm. Wieder gar nicht so einfach. Ach, hier haben wir ja schon Mandarinen. Alles klar. Dann können wir die natürlich damit reintun. Aber das... Was machen wir jetzt damit? Na, ich glaube, ich lasse die Flaschen erstmal hier. Und nehmen lieber den Kondensator mit. Und Kartoffeln. Die können wir uns dann sicherlich anpflanzen. Soweit war ich aber auch noch nicht mit dem Basisbau. Okay. Der Müll sieht auch ein bisschen anders aus. Oder täuscht das? Die können wir bis hin stacken hier. Die großen Erste-Hilfe-Pakete. Hatten wir hier alles, ja, ne? Yo. Da hinten sind auch wieder Autos. Alter. Ja, ins Wasser kommt es nicht hinterher. Power ab. Können wir uns eigentlich schon einen Armbus machen? Hm, da brauchen wir Holzstämme. Pult. Dann sollten wir uns erstmal in die Richtung machen. Kommt uns hinterher, das Schwein. Kommt uns hinterher. Pult. 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 gut das war's für dich schwein du hast mich du storkst mich nicht mehr jetzt haben wir fleisch bekommen und gehören glaube ich auch die tiere die werden wohl teilweise oder größtenteils auch in so einzelstücke zerlegt wir wissen auch dass wir tiere zähmen können ich glaube aber dass das noch nicht funktioniert also hunde ja aber da braucht man auch nichts dafür machen einfach nur e drücken ich weiß nicht bei den anderen tieren wurde das noch nicht angezeigt das wird bestimmt noch dazukommen irgendwann so hier haben wir alles tun wir die kisten auch hier äpfel so hier können wir auch looten das umgekippte auto batterie das rotpunkt wie sehr das brauchen wir glaube ich noch nicht und das wasser das würde ich auch gerne mitnehmen das tausche ich gegen die laterne hier hinten auch und auch wenn ich erstmal hoffen raum noch eine gitarre aber die können wir glaube ich nicht decken wenn wir die stecken ich glaube nicht mehr ja gut wir können sie aber auf die acht tun ich glaube die haben aber alle denselben sound bis jetzt auch hier schrauben ja die brauchen wir jetzt nicht nägel wäre eine überlegung wert aber gut den garn den legen wir mal dafür weg die nägel nehmen wir uns mit die brauchen wir nämlich zuerst die schrauben die brauchen wir glaube ich zum anfang erstmal noch nicht zitrone haben wir auch noch nicht ne aber gut okay noch eine wasserflasche noch eine suppe die sind auch nice und den sata haben wir hier hier können wir nicht rein aber in die tür können wir noch noch mal wasser sehr gut und lachs die lassen wir wieder hier schauen wir uns das wägelchen hier mal an noch ein rot punkt visier eine hose haben wir ja schon ne hose haben wir ja an denke ich mal ja haben wir genau hm den sonnen kollektor den lassen wir erstmal hier gut die schuhe brauchen wir jetzt auch nicht denke mal die stiefel machen ihr es was ist mit den stiefeln die haben plus fünf steckplätze genau dasselbe in grün ne also lassen wir erstmal hier so eine nagelbox die nehmen wir auf jeden fall mit aber was lassen wir dafür hier ich denke mal die limonen die nehmen wir auf jeden fall mit da sind 50 stück drinnen die können wir auf jeden fall dann den basisbau richtig gut gebrauchen da können wir nicht genug haben davon so würde ich sagen machen wir uns mal ein baum runter da kriegen wir auch fasern dann fällt der baum zusammen hier wäre vielleicht ein schöner platz für eine erste base oder hier drinnen so das wäre vielleicht eine überlegung wert wenn das funktioniert so auf lost island sind auch die gegenstände immer wieder sind die immer wieder respawn jedes mal wenn du wieder neu geladen hast das spiel hast du wieder alles voll gehabt mit gegenstände mal gucken ob das immer noch so ist habe aber auch nichts gelesen dass das anders gemacht sein soll oder dass das anders gemacht wurde aber ich habe schon gesehen das ist in manchen anderen spielen auch so also das wird wohl normal sein und ansonsten hätten wir irgendwann auch kein lud mehr das wäre natürlich schlecht aber auch ein bisschen was ist das ist das wasser das schwein gut wir können uns jetzt eine armbrust machen wir können uns jetzt eine armbrust machen theoretisch was brauchen wir für bolzen können wir uns auch machen müll und holzstämme und fasern erst mal die armbrust und dann holzbolzen da kriegen wir zehn stück mit einer einheit war gleich noch eine einheit aber 20 stück müssten sich glaube ich ausdecken wollen wir gleich eine sekunde noch und zack jawohl so dann werden wir mal die armbrust gleich einmal benutzen ich glaube dass hier das hier kreuz ist auch besser geworden und was wir machen müssen wir müssen den bolzen extra anwählen das finde ich das hat auch noch änderungsbedarf obwohl es vielleicht nicht schlecht ist wenn man mehrere arten von bolzen vielleicht hat oder so aber wir müssen ein bisschen höher schießen aber jetzt haben wir getroffen noch mal getroffen das will aber nicht umkippen alter schon fünf bolzen mit der axt ging schneller wo wir uns noch mit der axt ok ja wir haben ja gesehen jetzt haben wir den balken gesehen gehabt aber fünf oder sechs bolzen ist schon ganz schön viel und das ist die axt alle da können wir uns aber fix eine neue machen dann landet die wieder auf der fünf und zerlegen wir das willschwein noch so freunde und dann würde ich mal sagen verziehen wir uns hier an die bude rein die ist von außen ganz passabel aus erstmal und ich würde sagen dann lassen wir es gut sein für die erste folge und schauen uns mal noch paar folgen hier auf lost island um bauen auch eine base und schauen mal was alles so geht ich hoffe es hat euch gefallen wenn es so ist und wenn ihr mehr davon sehen wollt dann lasst mir doch gerne ein like da zeigt es mir damit gerne auch kommentieren und über ein abo würde ich mich ganz besonders freuen denn dann könnt ihr auf meinem kanal nichts neues mehr verpassen und könntet mich mit den drei sachen kostenlos in meinem youtube algorithmus unterstützen bleibt gesund und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin tschau euer jens